So, moin Leute, willkommen zum siebten Part von Baro. Es sind gerade sehr viele Leute auf dem Server gejoint, wie man hier schon sehen kann. Eigentlich sollten da gleich noch mehr Leute drauf kommen. Und wir joinen da einfach zu, weil wir richtig Bock haben. Ich bin mal gespannt, ob hier am Spawn irgendwas abgeht. Ansonsten, ja. Schauen wir einfach mal, wenn noch alles drauf ist. Ja, hier ist ordentlich was los. Und mit ordentlich meine ich auch ordentlich. Ich will eigentlich mal die Teamkisten hier angucken. Ich werde jetzt eigentlich mal gucken, ob wir irgendwie ein bisschen was an Gegner finden. Alter, ich bin auch absolut nicht eingespielt. Meine Hände sind kalt. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Voraussetzung. Ich habe sie gefunden. Das sind aber andere als... Ich habe sie gefunden. Geh auf den her. Kriegen wir den Teamklap hin? Und nicht mit den Herzen. Da ist der Turn, jetzt komm! Wir sterben. Chang. Der letzte Gap ging nicht durch. Ich hab so kacke gefeitet. Nein! Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Projekt. Leider ist es vorbei. Ich hab absolut scheiße gespielt. Im nächsten Mal mit Klampus. Holen wir auf jeden Fall was. Aber Klampus hat sich halt verabschiedet. Ich wollte jetzt eigentlich auch fighten. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Ich hätte mich auch nicht auf das 2v2 einlassen sollen. Aber der eine von denen war safe low. Der eine war low, aber der hat leider den Gap durchbekommen. Ich hab jetzt meinen letzten Gap nicht gekriegt. Mein Wassereimer war weg. Haben die gut ausgespielt. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. GG an die. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute! Ciao Leute! Ciao Leute!